Auch wieder, wir haben hier jetzt 30 Millimeter wieder, nur fette Dinger hier, 30 Millimeter, 16 Schuss, Bonny und Clyde heißt die Batterie, von EMP, beziehungsweise Blackbox, bin ich auch sehr, sehr gespannt, bisher nur fette Sachen von denen gehabt, crazy, oben ist die Lunte, genau. Let's go. Unfassbar riesig, Alter, das sind, ohne Witz, Leute, das sind Crackling Bouquets mit 30 Millimeter. Krass, kann ich nur empfehlen, verrückt und supergeile Schuhe.